so wir können jetzt sozusagen immer wieder diese mission machen wo nach soßen irgendwas zu trinken wir haben das oder war okay was was weißt du noch über die karte ist das mag wahr sein so fremder gestern trank ich zu viel gekauft meine stiefel und verlor mein bayonet oder bijou oder keine ahnung es kann ein leben ohne stiefel vorstellen aber ein ohne musik zu leben okay ich glaube ich verstehe ich ganz gut irgendwo im pelz kannst du mir zu sparen und deine banjo zu finden ich denke drüber nach einem banjo okay nein mein kompliment was sie sehen aus wie jemand der weiß wie man arbeitet der herr und ich habe einen job du isst dich ich versuche nicht dollar zu verdienen ich will keinen wagen kein wegen entlagen es ist ein fehler mein vorschlag nicht zu hören okay ich kenne einen workshop in der lokalen sheriff gettling waffeln macht natürlich ohne lizenz dieses bedeutet dass der sheriff für zusätzliche hilfe nicht bittet das bedeutet auch dass man die werkstatt stark als der sheriff töchter schützt genau das ist es warum ich baue warum ich sie baue ich brauche deine entscheidung nicht jetzt werkstatt verfahren ein neues produkt einmal im monat und eines von denen könnte ich ihnen sein mein ehres sein okay sie wissen dass das gut ist ich will drüber nachdenken alle haben hier sachen für mich zu tun also erstmal kohle zusammen zu zahlen hier ahja gut da ist das banjo der penta ok ok wir bringen erstmal ganz kurz das banjo rüber so 15 dollar haben wir gerade zurück haben ja jetzt bin ich gerade überlegen ach komm wir machen nochmal so eine baller action ein 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 ich ein ok wir verstecken uns mal ganz kurz hier was haben wir denn hier 1 2 3 4 5 6 hier ist keiner mehr hier ist hier 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 nein hier 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 Ah Mist Untertitelung des ZDF, 2020 Na, diesmal Okay Oh, Mist Ah Okay Okay Hmm 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 So Ob ich jetzt beierwischt? Tatsächlich. Nein! Ah, Mist! So, ganz schnell den hier. Schnell wieder zurück. Gucken, dass keiner kam. Nur noch da ist einer. Nein! Ah! 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 Okay, damit. So, nehmen wir die erstmal. Nalos! Ja, okay. das kriege ich jetzt langsam mal ganz ok Doppel-Empfergestoßflinte, okay, die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Doppel-Empfergestoßflinte, okay. Doppel-Empfergestoßflinte, okay. Doppel-Empfergestoßflinte, okay, die kann ich nicht gebrauchen. Doppel-Empfergestoßflinte, okay. Aber ist okay, ist okay. So, erstmal sich hier abstechen. Kann man bloß bei den Rumgeballerer hier nicht mitbekommen. Okay. Ah, vergessen. Ah, ich... Ah! 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 Okay. Halt! War da noch einer? Ah! 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 Ach nein! Nein! So. Dann noch mal. So. No. So. Okay. Okay. Warte mal. Warte mal. Wir können das ja auch so machen. Übelst. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Schnell wieder zurück in unsere Nische. Schnell nachladen. Okay. Okay. Dann habe ich auch gelöscht. Okay. Dass der das nicht mitkriegt. Ist das ne Sch... Okay. Tch. Dass die das nicht mitkriegen. Hahahaha. Gucken können wir jetzt... Ja. Ne. Nix abkaufen. Na gut. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt. Ja. Zwölf Kugeln sind besser als sechs. Ja. Also. Euch dann einen schönen Freitabend. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.